Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. So, aha, jetzt gehen wir mal zu Rolling Hills. Wir müssen ja reizen zueinander, nimm deine Nutte und geh. Hallo. Ja gerne, so einen Besuch machen wir doch immer gern. Oh, hoppla. Äh, erstmal Hacker. Oh. Hm, die machen wir mal automatisch, Hacker. So. So. Oh, da hab ich aber ordentliches Loch in der Rücke gestanzt. Patrone, Hülle und 5 Dollar. Okay. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Nee, ich glaub nicht. Ach ja. Don't ever? Nix. Nur so ein Teil, wo Little Sisters durchkriechen können. Okay. Und sonst, äh, erst mal nix. So, die haben wir geflattert, die alt. Rolling Hills. Und da ist ein Sicherheitsnot-Schalter. Gut zu wissen. Hier haben wir nix. Aber es ist schon schell gemacht. Dock haben wir nix, Sarah. Dann komm ich da hoch. Ja. Ja, ich sollte da hochkommen. Die Stolokugeln haben wir zu viel. Eine EVE-Spritze. Und einen Auto-Hacker. Sehr gut. Okay. Also es lohnt sich wirklich immer nochmal die Umgebung, sich genau A zu gucken. Oha, ein Bouncer. Übrigens, ach, ein geiles Nice-to-Know, so nebenbei. Die Geräusche von den Big Daddies, die sind übrigens, äh, die Schreie von dem Synchronsprecher in Zeitlupe abgespielt. Okay, wow, 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 wow. Okay, probieren wir das erste Mal mit dem Hochlader. Wow, wo ist die Little Sister dazu? Das froh ich mich jetzt grad. Okay. Fuck, nee, es ist ein Rosie und kein Bouncer. Alter, Falter. So, noch einmal. Eine Kontaktmine hab ich noch. Wow, fuck. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Electro-Bolt. Uppala. So, jetzt erst mal das hier. Und jetzt. Boah, Mann, 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 das müsste ausreichen. Jawohl. Puh. Das war's mit Rosie. 60 Dollar gibt's so noch. Und do haben wir noch eine Batterie drin in der Nietepistole. Wow, 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 wow. Also, die Dinger, die halten echt was aus. Gewittert du nach Keisel noch mal. Aber es wird immer einfacher, je, äh, öfter mal kämpft und je besser das eigene Equipment ist. So. RPG-Geschützt, das hat nix mehr. Und die Leiche hat noch vier Dollar. Irgendeiner pfeift noch. Niemals kommen sollen. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das, was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar. Bäume, Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen. Und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy. Vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Okay. Ach, interessant. Und hat diese weibliche Vogelscheuche hier. Wo man extra noch Brüste aus Strohgeflochte hat. Ups, das Geräusch gefällt mir nicht. Das stimmt aber nicht. Jetzt hören wir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Geht mal drüber nach. Ja. Denken Sie mal drüber nach. Wenn der Typ jetzt wirklich... ...de Hane abgedreht hat... ...dann war's das. Das ist nicht so gut. So rum. Dann brauchen wir so Anna. Und brauchen so Anna. Und dann zum Schluss noch mal so Anna. Und dann kommen wir durch. So. Okay. Findet Julie Langford. Von der haben wir ja ein paar Loks gehört. Ein paar Tagebücher. Ups. Da müssen wir anscheinend wirklich durch. Ich mag mich aber umgucken. So. Sonst spürt man so tolle Leiche, die nix dabei hat. Äh. Nicht. Äh. Sonst hätte ich die nicht mehr mit dabei. So rum. So. Ach du Scheiße. So. Warte mal. Halte mal die Gaula. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Ach ja. Sorry. Diese 20er Jahre Melodie. Find ich schon irgendwie geil. Äh. Da dumm. 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 bies möchte. Da dumm. Da dumm. Da dumm. Da dumm. Amo, lieber welcher. Man weh's jo nie. Man weh's jo all so nie. So, Kontaktmine darf er auch gern laden. Und die Splittergranate finde ich auf jeden Fall auch wichtig, dass die dabei sind. So. Weil wenn wir nochmal gegen Big Daddy kämpfen, egal welcher Ausführung, dann brauchen wir das dringend. So. Schade, dass der Rosie keine Little Sister bei sich kappt hat. Weil das Adam könnte ich sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, der ist auch so ein Psycho. Das war wieder so ein Houdini-Splicer. Aber wo ist dann der jetzt hier? Die Saturnjünger. Äh, Saturnjünger. Sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Ja. Scheinen jo ziemlich coole Type zu sein. Äh, was ist in der Truhe drin? Natürlich nix. Äh, Chlorophyll-Lösung. Die nehmen wir doch mit. Das ist schon den Quatsch. Brauchen wir nicht. Aber du, scheinbar so willst du denn in ihrem Altar-Loch oder wo hie zu gehe, was ihnen heilig ist. Tritt's dann aus. Äh, du können wir leider nicht durch. Schade. Schade, schade. Du, aber können wir auch nix machen? Nee. Hm. Hallo. Leim und Chlorophyll-Lösung. Ah, na. Wer da nur draußen was hat. Ich bin ein Sieger-Typ. Ja, ganz bestimmt. Bist du das größte Sieger, der mir einfällt. Meine Fresse. Okay, da war die Rosy. Genau. Jetzt fangen aber ach, ah, hier Dinge zu brennen. Schon ganz interessant. Jetzt fängt anscheinend diese Saturn-Bruderschaft hier an. Ah, dann. Lassen wir uns da mal drauf an, ja, oder? Äh, hier, der mir den Kruscht zum Bastler. Ui. Okay. Nett. Ach, ne, verkehrt. Batterie. Ne, Chlorophyll-Lösung. Naja, du hast das da gekappt. So. 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 Ich hoffe, es kommt noch ein Plasmid zur Heilung. Das wäre dann verkehrt. Mh, Arcadia Melo. Nö. Melo brauche ich gerade nicht. Bandage oder so, wenn jetzt viel Uricher oder ein Verbandskaster oder sowas. So, also diese Houdini-Splicer, die finde ich schon ziemlich heftig, um ehrlich zu sein. Mh, gerade eben durch dieses Rum-Teleportieren, können die doch schon ziemlich üble Schade errichten und ziemlich üble Schamanak-Treiber. Okay, da haben wir sonst nichts mehr von Interesse. So. 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 Woher wohl hier rumgeflüstert wird. Ah. Ist ja im Gatherer's Garden, was für uns erschienen. Nö. Ah. Ich freue mich, wann diese Geschenke von Tenenbaum-Ei treffen. Erst, wenn ich so viele, äh, Little Sisters gerettet habe, wie ich ausgebeutet habe. Das sieht mich mal interessierer. So. Jetzt noch so ein Verbandskaster. Irgendeiner pfeift wieder irgendwas, was mich an so Cartoons aus der 20er-Johre erinnert. Ja. Dann haben wir schon. Ich höre, es gibt Pfeife, als wäre es direkt neben mir am Ohr. So. Und... Da gehen wir hoch. Damit wir so hinkommen von den Lagerkisten. Sehr schön. So. Geht doch. Geht doch alles, wenn man will. Eine EVE-Spritze haben wir auch noch gekriegt. Door over. Oh, irgendwo ist die Kamera. Stickstoffgranaten. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo die Kamera steckt. Ich weiß, wäre es hier irgendwo... Ah ja, das ist meine. Okay. Das ist die, die ich schon verwendet habe. Okay, alles klar. Gut. Dann sollte man nochmal dort hier gehen. Das scheint nämlich optional zu sein. Okay. Okay. Also, da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Dann muss ich ja wohl wirklich dort hier, wo ich auch hieß soll. Da haben wir nichts mehr. Nee. Na dann. Da war ich schon bei dem. Den habe ich schon geknackt. Dann muss ich wohl wirklich doelang. so. So. Meine Bäume! Das war doch nicht du, oder? Nein. Ryan! Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine rosa Gallica für mich finden? Suche in der Kräuse, und ich muss weiterarbeiten, solange mir noch Zeit bleibt. Sammle ein Rosenmuster-Exemplar ein. Okay. Äh, das war jetzt wirklich nicht beabsichtig, sorry. Ich habe da beim Trinken den Controller auf meiner, auf meinem Schoß gehabt und der ist wohl ein bisschen runtergerutscht. So. Und guck mal her. Ach ja, guck mal her. Gummischlauch und 4 Dollar. Kerosin. Und Napalm und noch ein paar Dollar. Sehr schön. Rapture Metro. Sammlerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Okay, dann folgen wir nochmal dem Weg. Bin ich immer gespannt, wo es jetzt hier geht. Da, 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 da. Wer summt denn hier so nah an meinem Ohr? Wann? Arcadia Taylor. Gut, immer weiter in die Richtung. Oh. Alter. Mist, Kerler. Ich bin glücklich. Na dann. Was ist das? Sicherheitslücke. Das Sicherheitslücke Tonicum passt die Temperatur ihrer Epidemies dahingehend an, dass sie Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber mir sammeln's auf jeden Fall Ei. Sein Ziel ist es, reich zu werden. Na dann. Verbandskaster. Perfekt. Ja, hier ohne Warma war ja eigentlich schon. Aber anscheinend habe ich trotzdem Verbandskastel, was er... Ja, das Ding ist hinüber. Und hier? Ne, ich muss wohl wirklich in die Richtung. Ah, da ist doch... Ne, Kontaktmine, okay. Hier irgendwo muss was sein. Ne, hier nicht. Ah, da, eine Rose. Bring Langford die Rose. So, jetzt müssten meine Maschine hier reagieren. Und die kräftig bearbeiten, die Splicer. Oh, die haben, glaube ich, mein eigenes Teil kaputt geschossen. Okay. Schlage ich tot im Depp. So. Mistkerl. Die andere, die hat es hier über den Haufen geschossen. Ah, ne, das waren die von vorhin. Ah, da sind sie. Ja, Liebling, ich bin's. Alkohol um 12 Dollar. Hast du noch irgendwo so einen Sack? Ich kann nur checken, ob da noch einer von den Knetköp unterwegs ist. Und noch hier die Gegend hässlicher macht. Mann, 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 mann. Das haben wir schon alles untersucht, ja. Okay, dann kann ich jetzt eigentlich wieder zurück. Wenn man der Endes Ply sogar über den Weg läuft, dann mag es so sei. Aber an so bin ich traurig, wenn er es nett macht. Er kann auch gerne ein anderes Haus hässlicher machen. So. Hallo. Und hier. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Wo sind die Little Sisters? Ach ja. Nee, das habe ich am Anfang echt total verschnarcht mit den Little Sisters. Ich habe echt nie mehr im Kopf gehabt, dass es sonst das böse Ende gibt. Wenn ich die weiterhin kräftig ausbeute, kann man dann erst später wieder, dass ich so gedacht habe, äh, Moment, du warst doch was. Ach, gern. So Besucher wage ich doch wie dir. So. Und weiter geht's. So. Okay. Bitte schön. Sehr gut. Ich hoffe, du bist nicht wahnsinnig oder, äh, sonst irgendwie hinüber. So. Da mein Tisch. Nix. Hacking Expert. Ist das originale Hacksmart Genturnikum, das den Alarm abschaltet und dabei hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Dieses Plasmid aus der Hacksmart-Reihe ist ein absolutes Muss für jeden. Okay. Jetzt machen wir das doch raus. Erstmal in die Rara. Lab Access zielen nichts, was die nicht stehlen. Gibt's an diesem verdammten Ort denn nichts, was diese ungläubigen nicht stehlen? Papierhandtücher, Tintenfässer, Zaubernüsse, Chlorophyllösung, sogar meine alten Ausgaben von National Geographic. Damit schmücken sie ihre widerlichen, kleinen, schreinische sich. Diese kranken Idioten. Oh je, oh je. Ich hab die Sicherheitssysteme von diesem Laden gehackt. Die Geschütze werden dir nichts tun. Komm hoch in mein Lohn. Okay, also lang soll ich mir aber nicht Zeit lassen. Ich würde Saria lieben leid. Ich mache an der Stelle jetzt hier meinen Cut und wir sehen uns dann wieder zu Let's Play Bioshock Uffpelzig. Also machen's gut und bis Meuer Eiern Yankee.